Als Jesus verurteilt zum Tode am Kreuz, als Jesus dorthin geschlagen am Kreuz, ja, da waren seine Gedanken bei dir, für dich nur, mein Kind, leide ich alles hier. Wie stehst du zum Kreuz? Lässt es dich kalt oder kommst du zum Kreuz? Bringst du die Last, alles, was dir so schwer? Bring sie zu Jesus, er ist dein Herr. Die Last deiner Sünde hing dort an dem Kreuz, dein Reden, dein Wandeln, alles am Kreuz. Doch Jesus trug alle Sünde für dich. Sag, Mensch, wirst du heute glauben an mich? Wie stehst du zum Kreuz? Lässt es dich kalt oder kommst du zum Kreuz? Bringst du die Last, alles, was dir so schwer? Bring sie zu Jesus, er ist dein Herr. Und als er verschiet dort am blutigen Kreuz, die Todesangst war dort beim Mann an dem Kreuz, da ward es vollbracht für dich nur allein. Sag, Mensch, wirst du heute werden noch sein? Wie stehst du zum Kreuz? Lässt es dich kalt oder kommst du zum Kreuz? Bringst du die Last, alles, was dir so schwer? Bring sie zu Jesus, er ist dein Herr. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020